Hallo ihr Lieben, in dem heutigen Video geht es um Hyperbeln und zwar darum, wie man sie verschieben kann nach oben, unten, rechts, links oder auch strecken und stauchen. Hier ist jetzt erstmal die Standard-Hyperbel 1 durch x. Das ist die Hyperbel überhaupt, so wie ihr von x² die Normalparabel kennt, so ist das hier auch die Normal-Hyperbel oder Standard-Hyperbel. Die sieht folgendermaßen aus, schmiegt sich hier schön an die x-Achse an und auch hier an die y-Achse, aber wenn man die jetzt verschiebt, dann verschiebt sich natürlich auch dementsprechend oder verschiebt sich der Graph und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Zuallererst schauen wir uns mal an, wie jede Hyperbel geschrieben werden kann, nämlich so. Man kann hier an der Stelle eine Zahl hinschreiben, hier steht immer das x, an die Stelle kann eine Zahl kommen und hinten dran kann eine Zahl erscheinen. Muss natürlich nicht, wir haben gerade eben die Standard-Hyperbel gesehen, da sind die Zahlen dann 0 sozusagen, da wo nichts steht. Aber es können, so wie hier unten, das da ist auch eine Hyperbel, so kann es aussehen. Und die ist verschoben nach rechts oder links und gestaucht, also an der wurde einiges gemacht im Vergleich zu unserer Standard-Hyperbel. Starten wir vielleicht erstmal mit dem c hier hinten, das ist so der einfachste Teil. Das ist die Zahl hier hinten, die einfach dazu addiert wurde und die kümmert sich darum, ob die Hyperbel nach oben oder nach unten. Also einfach komplett nach oben geschoben wurde oder nach unten. Und das schauen wir jetzt mal beim ersten Beispiel. Da sollen wir nämlich f von x, also die 1 durch x, diese Standard-Hyperbel, sollen wir um drei Einheiten nach oben verschieben. Na gut, das ist gar nicht so schwierig. Unsere neue Funktion nenne ich mal g, die da dann entsteht. Dann nehmen wir uns einfach unsere alte Funktion, die verschoben werden soll. Und um drei Einheiten nach oben heißt, hinter diese Funktion kommt einfach ein plus 3 und wir sind fertig. Also so einfach kann es sein. Schauen wir mal an, wie das Ding dann aussieht. Hier sieht man ganz schön, dass sie hier jetzt bei 3 sich hier so anschmiegt. Also diese Hyperbel, nicht Parabel, sondern Hyperbel, wurde um drei Einheiten nach oben verschoben. Und sehr ähnlich ist es, wenn wir diese Hyperbel um zwei Einheiten nach unten verschieben sollen. Auch da ist es recht einfach. Wir schnappen uns einfach die Hyperbel, wie sie anfangs war. Und um zwei Einheiten nach unten heißt, hinten dran kommt einfach eine minus 2. Sehr gut. Dann schauen wir uns mal hier vorne bei diesem ABC-Teil die zweite Zahl an, die etwas verändern kann. Gehen wir mal jetzt zum B. Wir gehen einfach rückwärts. Zuerst C, dann B. Das wäre hier unten die Zahl. Da kann was stehen. Was macht die? Die kümmert sich darum, die Funktion nach rechts oder nach links zu verschieben. Und da ist es leider ein bisschen schwieriger, denn auch wenn hier jetzt ein Minus steht, diese Hyperbel wurde um drei Einheiten nach rechts verschoben. Also ein Minus bedeutet nach rechts leider, obwohl wir immer denken, nach rechts ist positiv, aber ist leider nicht so. Wenn da ein Minus steht, dann wurde sie nach rechts verschoben. Gut, dann schauen wir uns das einfach mal an einem Beispiel an. Wir sollen die Standard-Hyperbel um drei Einheiten nach rechts schieben. Dann schauen wir uns das mal an. Wir schreiben 1 durch und jetzt haben wir eben gesehen, da wo das x steht, da kommt dann auch mit Plus oder Minus diese Zahl hin, um die es geht. Also das x schreiben wir noch hin. Und nach rechts verschieben heißt, dass da ein Minus hinkommt und dann eben die Zahl, um wie viel es verschoben werden soll. Und das ist dann schon das Ergebnis. Also rechts und links ist die Zahl, die hier mit einem Minus und einem Plus bei dem x steht. Und wenn wir uns das jetzt mal an einem Graphen anschauen, dann würde das Ganze so aussehen. Da sehen wir jetzt auf der x-Achse sind wir bei 3 und da schmiegt sich das Ganze hier so an. Also wurde diese komplette Hyperbel einmal genommen und nach rechts verschoben und zwar um drei Einheiten. Und dasselbe funktioniert natürlich auch sehr ähnlich, wenn wir diese Hyperbel um zwei Einheiten nach links verschieben sollen. Also schnappen wir uns die Funktion mal, so wie sie aussieht. Eins durch x und bei dem x kommt jetzt, jetzt sollen wir nach links verschieben. Kurz nachdenken. Okay, links ist eigentlich was Negatives, aber da kommt dann ein Plus hin, also immer anders als man denkt und da dann die 2. Und das war es schon. Gut, dann gehen wir zurück zu der Übersicht und schauen an, was uns noch fehlt. Wir haben C gehabt, wir haben B gehabt, jetzt fehlt noch A. Und bei A ist es so, das ist jetzt die Streckung oder Stauchung. Wenn dieses A größer als 1 ist, dann haben wir eine Streckung. Falls es kleiner, also zwischen 0 und 1 liegt, dann ist es eine Stauchung. Und es ist auch noch dafür verantwortlich, ob man die Funktion spiegeln kann. Wenn es nämlich negativ ist, also wenn da ein Minus steht, dann wurde diese Funktion an der x-Achse gespiegelt. Das sehen wir jetzt an zwei Beispielen. Starten wir erstmal mit folgender Aufgabe. Strecke, diese Hyperbel, mit dem Faktor 2. Gut, dann kriegen wir das hin. Das bedeutet, dieses durch x bleibt ganz normal, aber oben ändert sich jetzt was. Und zwar, da schreiben wir einfach den Faktor 2 hin und schon ist die Streckung vollzogen. Das war das da. Und hier hinten hätten wir Spiegele diese Funktion an der x-Achse. Auch das ist relativ simpel. Wie gerade eben gesagt, alles bleibt so. Spiegeln gehört zum Streckfaktor dazu. Aber der wird einfach negativ. Also da stand eine 1. Wenn wir das jetzt spiegeln wollen an der x-Achse, wird da eine Minus 1 draus. Und das sind die ganzen Faktoren, die man haben kann und die gehen wir jetzt einfach mal hier an dem Beispiel durch. Was hätten wir hier? Also, erst mal am besten hinten die Zahl. Das ist die leichteste. Diese Hyperbel oder die Ursprungshyperbel im Vergleich zu der Standardhyperbel wurde diese hier um eine Einheit nach oben verschoben. Dann gehen wir zu dem b. Hier sehen wir, dass die um zwei Einheiten, und jetzt müssen wir kurz nochmal überlegen, ist es rechts oder ist es links. Hier ist ein Plus. Sie wurde also nach links verschoben. Dann haben wir hier oben eine Minus 3. Das sagt uns, da es negativ ist, sofort, dass sie gespiegelt wurde. Also an der x-Achse Spiegelung. Und es ist eine 3 da, also das ist eine Zahl, die größer ist als 1. Dann haben wir hier eine Streckung. Sehr gut. Dann gibt es noch eine Sache, die vorkommen kann. Nämlich die ganze Zeit stand das x hier so schön alleine. Und man kann das dann nur in den Fällen so schön ablesen. Wenn das x nicht mehr alleine steht, so wie hier, dann müssen wir erstmal dafür sorgen, dass das x alleine steht. Und zwar haben wir jetzt hier tatsächlich so eine 3. Bei dem x, was können wir machen, damit unten gleich nur noch das x- eine Zahl steht? Wir können unten eine 3 ausklammern. Also 3 raus, dann steht da noch x- und wenn wir aus der 9 auch eine 3 rausziehen, bleibt noch eine 3 übrig. Also 9 durch 3 sind 3. Jetzt kann man dieses Drittel, was hier so vorne steht, das kann man auch nach oben schreiben. Also man kann ein Drittel nach oben ziehen. Also oben steht ja 1 durch 3, das ist ein Drittel. Und unten steht jetzt nur noch x-3. Und erst jetzt kann man die Verschiebung ablesen. Weil vorher hätten wir ja gesagt, oh, guckt mal, da steht eine minus 9. Dann muss das doch bestimmt heißen, dass die Hyperbel um 9 Einheiten nach rechts verschoben wurde. Das ist aber nicht der Fall, weil hier vor dem x noch was stand. Also ganz wichtig, wenn ihr die Verschiebung wirklich angeben wollt, dann darf auch vor dem x nichts stehen. Und erst jetzt in dieser Zeit, oder in diesem Ding hier, kann man das jetzt so schön ablesen, dass die Hyperbel um 3 Einheiten nach rechts verschoben wurde und gestaucht mit dem Faktor 1 Drittel. Also ganz wichtig, bringt es erst in diese Standardform, die wir vorne gesehen haben, dass man sagen kann, die Zahl hier oben, vor dem x steht nichts, dann die Zahl hier unten und hintendran vielleicht noch ein c für die Verschiebung von oben nach unten. Das sind die Punkte, die man zu beachten hat. Ich hoffe, ihr habt jetzt einiges dazu gelernt, was ihr vorher noch nicht wusstet. Falls ihr aber Fragen habt, dann meldet euch gerne in den Kommentaren. Macht's gut, bis zum nächsten Video.